Der EU-Gerichtshof kippt deutsche PKW-Maut. Das ist ein Erfolg für Österreichs Klage. Denn Österreich hat damit einen Sieg vor dem EU-Gerichtshof errungen. Österreich hat vor dem Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland erhoben. Dabei ist Österreich von den Niederlanden unterstützt worden, während Deutschland von Dänemark unterstützt wurde. Österreich ist der Ansicht, dass die kombinierte Wirkung der Infrastrukturabgabe und der Steuerentlastung bei der Kfz-Steuer für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge gegen das EU-Recht verstoße. Auch ist Österreich der Ansicht, dass die Modalitäten der Ausgestaltung und des Vollzugs der Infrastrukturabgabe gegen das EU-Recht verstoßen, insbesondere das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Österreich hat beim EU-Gerichtshof geklagt, nachdem sich die EU-Kommission nicht gegen die deutsche PKW-Maut geäußert hat.